Grüß euch alle miteinander zu Wieninges Wirtshaus Weisheiten vor dem Auswärtsspiel in Aue. Die Auer sind seit der Pavel Dotschev da Trainer ist relativ gut im Aufwind. Die spielen 4-2-3-1. Der Dotschev und dieses System sind quasi eine untrennbare Symbiose. Das wird auch am Samstag so ausschauen. Nachdem die Auer am Anfang ein bisschen mit dem stotternden Motor in die Liga gestartet sind, schaut das mittlerweile relativ gut aus. Verwundert auch nicht, weil sie haben einen Top-Kader für die 3. Liga. Wie spielt Auer? Naja, der FC Erzgebirge hat, seit der Dotschev übernommen hat, das Augenmerk ganz klar auf der stabilen Defensive. Aus dem 4-2-3-1 wird Gegermall durch Abkippen der beiden äußeren Offensivspiele im Mittelfeld ein 4-4-1-1, mit dem zwei flache Viererketten dann vor der Box stehen. Beim Pressing ist Auer eher auf Verteidigung im Raum aufgelegt, als auf direkten Ballgewinn. Das heißt, sie versuchen dann eben im Mittelfeld mehr oder weniger den Ball zu erobern und dann schnell umzuschalten und nach vorne zu starten. Im Positionsspiel versuchen die Auer grundsätzlich schnell, meist über drei Stationen bis ins letzte Drittel des Gegners reinzukommen. Eine der drei Stationen ist meistens der Herr Nazarov. Zu dem kommen wir dann später nochmal. Und zwar schaut es so aus, dass die beiden Außenverteidiger auf Höhe vom Sechser verschieben. So entsteht dann ein 2-3-2-3 im Prinzip, weil die beiden Mittelfeldaußen natürlich auch nach vorne gehen. Das heißt, der Ball ferne Mittelfeldaußen rückt als zweite Spitze leicht versetzt hinter den Mittelstürmer. Der Ball nahe Mittelfeldaußen bleibt am Flügel, je nachdem über welche Seite das passiert. Meistens passiert es über die rechte Seite, das angegriffen wird. Geht halt dann der jeweils andere nach vorn in die Spitze. Im letzten Drittel angekommen, sucht Auer sehr, sehr häufig die Breite. Was bedeutet, dass im Prinzip um einen Strafraum rumgespielt wird. So ein bisschen ähnlich wie beim Handball, nur natürlich nicht so lang und häufig. Wenn in der Phase dann ein Abwehrspieler einen Fehler macht, indem er zu früh rausrückt, um einem der Auer-Spieler den Ball wegzunehmen, ist der Ball meistens schon wieder beim nächsten Auer. Derjenige, der ihn zuvor hatte und angegriffen wurde, nutzt den Fehler aus, geht in den Strafraum, ist dann der freie Mann, bekommt den Ball und versucht dann das Tor zu schießen. Das ist ein relativ häufiges Muster bei Auer und zumindest das, was die Schussanzahl betrifft, auch relativ effektiv. Attraktiv ist es natürlich jetzt nicht unbedingt. Darum geht es aber nicht. Dass es effektiv ist, das sieht man in der Rückrunde deutlich. Im Umschaltspiel geht es logischerweise bei Auer wie bei fast allen anderen meistens durchs Zentrum. Je nachdem natürlich, wo man den Ball erobert. Vertikal schnell direkter Zug zum Tor. Soweit nicht verwunderlich. Bleibt die Frage, wie können wir Auer knacken? Diese tiefe Staffelung im Positionsspiel zu durchbrechen, wird mit viel Geduld zu tun haben. Tiefe Läufe auf den Außen- und Halbpositionen, flache Flanken in die kleine Box oder von der Seitenlinie aus, dann hohe Flanken ins Strafraumzentrum. Das sind so die Sachen, wie man drumherum kommen kann, sich da durchzukombinieren. Das muss halt dann präzise sein. Ob das gelingt, werden wir sehen. Generell wird das hineinkombinieren in die Box vermutlich eher schwer werden. Das ist natürlich nicht unmöglich. Wir haben technisch gute Offensivspieler, die das auf jeden Fall drauf haben. Das Wichtigste wird schnelles und präzises Umschaltspiel nach Ballgewinn im Mittelfeld sein. Wenn die 60er diese Momente vernünftig ausspulen, gibt es Torchancen. Stärken und Schwächen des Systems bitte wie immer der Taktiktafel auf 60er.de entnehmen. Die ist ab Freitag 11.45 Uhr online. So, kommen wir zu den Schlüsselspielern. Da hätten wir mal im Tor den Martin Mennel. Hat gestern Geburtstag gehabt, ist 35 Jahre alt, einer der erfahrensten Keeper in der Liga. Hat in der Hinrunde, wie sie gegen uns gespielt haben, noch verletzt gefehlt. Der hat unfassbar gute Reflexe, beherrscht seine Box wie kein Zweiter in der Liga. Im Timing lässt er im Prinzip beim 1 gegen 1 nichts zum Wünschen übrig. Der Mennel hat in der Statistik verhinderter Tore pro 90 Minuten, dem besten Wert aller Keeper in der dritten Liga. Von daher, da steht der Wand im Tor. Der Kurbinian Burger in der Innenverteidigung hat von 2.12 bis 2.15, wie vielleicht einige wissen, bei 60 spürt. Kam jetzt aus Magdeburg zum FC Erzgebirge. Dem sei Gegenspieler wird vermutlich den schwersten Stand haben. Der räumt am Boden fast alles weg, was in seinem Bereich des Spielfeldes kommt. Kleine Schwierigkeiten beim Timing sorgen dafür, dass er hin und wieder mehr Kopfballduelle verliert als gewinnt. Insgesamt hat er da eine negative Statistik aufzuweisen. Das heißt, möglicherweise ist der in der Luft eine Schwachstelle, die mit den präzisen Flanken dann ausgenutzt werden kann. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn einer von den größeren Herren in der Offensive aufgeboten werden würde bei 60. Im defensiven Mittelfeld haben wir dann den Marco Schikora. Den sollte jeder noch von Zwickau kennen. Er ist ein typischer tiefer Sechser, der allerdings eher die feine Klinge führt, als den groben Knüppel auspackt. Ballgewinne erzielt er hauptsächlich über sehr gute Stellungsspiele und abgefangene Pässe. Also häufiger als im defensiven Zweikampf. Und dadurch kann der Herr Schikora, weil er sehr passlicher ist, viele Umschaltmomente für Aue einleiten. Kommen wir zum gefährlichsten Spieler bei Aue, also insgesamt gefährlichsten Spieler. Das ist der Dimitri Nazarov, seines Zeichens Nationalspieler von Aserbaidschan. Er hat da 45 Länderspiele, 5 Tore. Der ist das Herz der Mannschaft von Pavel Dotschev, ein typischer Zehner. Den kannst du über 90 Minuten nicht unter Kontrolle halten. Der ist super trippelstark, hat ein exzellentes Passspiel, Drang zum Tor. Für einen Spieler auf seiner Position ist er gegen den Ball auch relativ aggressiv unterwegs. Muss man aber sagen, mit eher mäßigem Erfolg. Abgesehen davon ist der Typ ein brutales Schlitzohr. Dem ist jedes Mittel recht, um zu gewinnen. Klare Schwalbe gegen Essen bringt im Prinzip den Sieg, weil er damit den Elferhagel einleitet. Aue bekam in dem Spiel zwei Strafstöße kurz nacheinander. Und wenn es den ersten nicht ging, der nicht berechtigt war, wird der zweite auch nicht passieren. Von daher Aue hat durchaus auch ein großes Glück, so ein Schlitzohr zu haben. Im Sturm wäre dann schlussendlich noch der Antonio Johncic. Der ist seit der Dodd-Chef übernommen hat auf der Mittelstürmerposition gesetzt. Hat in den acht Spielen seit Januar fünfmal eingenetzt. Warum nur acht Spiele? Zweimal war er ruhig sperrt. Mit einer Schussgenauigkeit von 50% ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Kerl das Tor ganz gut trifft. Fazit. Ich würde einmal ganz gerne wieder gewinnen, liebe Löwen. Allerdings wird das nur funktionieren, wenn es konzentriert, aggressiv, konsequent und diszipliniert gegen einen Ball geht. Aue an sich ist auf der anderen Seite immer für ihr Gegentor gut. Ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die Sechziger dieses Tor schießen werden. Muss man halt nur schauen, dass wir hinten keins fangen oder vielleicht noch ein zweites nachlegen. Alle, die nauffahren, viel Spaß. Ich habe lang überlegt, ob ich mit dem Bus mitfahre. Habe mich dann dagegen entschieden. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Egal wo, im Stadion, vorm Fernseher, auf der Couch, in der Kneipe, wo auch immer ihr es anschaut. Bis nächste Woche. Pfiat euch.